Dü-dü-dü-dü-dü-dü, hier kommt Rhein! Ab dem 1.7. bekommen alle Orte in Deutschland neue fünfstellige Postleitzahlen. Echt? Auch stille Örtchen? Kleine Orte kriegen eine Postleitzahl und große Orte kriegen mehrere. Und was kriege ich? Das neue Postleitzahlenbuch. Eine tolle Idee zum Nachschlagen. Fünfte ist drin! Sollten Sie unbedingt lesen. Das neue Postleitzahlenbuch.